Wie du in Paraguay als Rentner lebst, die besten Tipps und Orte für 2025. Willkommen zu unserem neuesten Video über Paraguay, einem der attraktivsten Länder für den Ruhestand im Jahr 2025. Bist du auf der Suche nach einem ruhigen, erschwinglichen Ort mit gutem Wetter, freundlichen Menschen und einer stabilen Wirtschaft? Dann bleib dran, denn in diesem Video verraten wir dir alles, was du über das Leben als Rentner in Paraguay wissen musst. Von den besten Orten für den Ruhestand bis hin zu exklusiven Tipps, wie du das Beste aus deinem Ruhestand herausholst. Abschnitt 1. Warum Paraguay für Rentner attraktiv ist Paraguay wird bei Rentnern aus der ganzen Welt immer beliebter, und das aus gutem Grund. Das Land bietet eine niedrige Lebenshaltungskosten, steuerliche Vorteile und ein angenehmes Klima. Im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern genießt Paraguay eine stabile Wirtschaft und politische Ruhe. Außerdem können Rentner von Paraguay aus leicht andere südamerikanische Länder besuchen und die wunderschöne Natur des Kontinents erkunden. Die geringe Kriminalität in ländlichen Gebieten und kleineren Städten wie in Piri Bebui macht Paraguay zu einem sicheren Ziel für Rentner. Hier kannst du ein entspanntes, stressfreies Leben führen und dennoch Zugang zu moderner Infrastruktur haben. Vorteile für Rentner in Paraguay Sicheres Leben in Paraguay für Rentner und geringere Lebenshaltungskosten Abschnitt 2. Die besten Orte für den Ruhestand in Paraguay Wo solltest du dich als Rentner in Paraguay niederlassen? Es gibt verschiedene Städte und Regionen, die besonders geeignet sind. Asunción und Umgebung Die Hauptstadt Asunción bietet den besten Zugang zu Krankenhäusern, Einkaufszentren und Kultur. Hier finden sich auch internationale Gemeinschaften und viele Dienstleistungen speziell für Auswanderer. Piri Bebui Wenn du Ruhe und Natur bevorzugst, ist die Stadt Piri Bebui eine fantastische Wahl. Es liegt nur etwa eine Stunde von Asunción entfernt und bietet eine friedliche Atmosphäre mit wunderschöner Landschaft. Perfekt für Naturliebhaber und Menschen, die einen ruhigeren Lebensstil suchen. Piri Bebui wird immer beliebter bei Rentnern, die das Leben in einer kleinen, sicheren Gemeinde bevorzugen, fernab vom Trubel der Großstädte. Es gibt hier auch ökologische Siedlungen und moderne Gated Communities, die sich ideal für Ruhesuchende eignen. Abschnitt 3 Wie bereitet man sich auf den Ruhestand in Paraguay vor? Bevor du den Umzug nach Paraguay antrittst, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Visa und Aufenthaltserlaubnis Paraguay bietet ein einfaches und relativ schnelles Verfahren für Rentner, die eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erhalten möchten. Alles, was du brauchst, ist ein Nachweis über deine Renteneinkünfte und einige grundlegende Dokumente. Gesundheitsversorgung Die Gesundheitsversorgung in Paraguay ist erschwinglich und von guter Qualität, vor allem in den größeren Städten. Viele Rentner entscheiden sich für eine private Krankenversicherung, die in Paraguay sehr preiswert ist. Immobilienkauf Wenn du planst, ein Haus oder Grundstück in Paraguay zu kaufen, hast du Glück. Immobilienpreise sind in ländlichen Gegenden wie Piribeboi Departamento Cordillera noch sehr erschwinglich. Es gibt auch viele Möglichkeiten für ökologische Siedlungen oder Land in privaten Wohnkomplexen, die eine erhöhte Sicherheit bieten. Als Beispiel Residential Las Lomas Bereite dich gut vor und du wirst einen reibungslosen Übergang in deinen neuen Ruhestand haben. Abschnitt 4. Ökologische Siedlungen und sichere Gated Communities für Rentner Ein aufstrebender Trend in Paraguay sind ökologische Siedlungen und Gated Communities. Diese Wohnanlagen bieten eine Mischung aus nachhaltigem Lebensstil und erhöhter Sicherheit, ideal für Rentner, die ein modernes und umweltfreundliches Leben führen möchten. In Städten wie Piribeboi entstehen vermehrt ökologische Siedlungen, in denen die Bewohner im Einklang mit der Natur leben. Diese Gemeinden legen Wert auf Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und gemeinschaftsorientiertes Wohnen. Für Rentner, die Wert auf ein gesundes und ruhiges Leben legen, sind diese Orte perfekt. Abschnitt 5. Fazit und Tipps für einen erfolgreichen Ruhestand in Paraguay Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Paraguay ein ideales Ziel für Rentner ist, die einen bezahlbaren und entspannten Lebensstil suchen. Von den lebhaften Straßen Asunzions bis zu den ruhigen Gegenden von Piribeboi Paraguay bietet für jeden etwas. Egal, ob du dich für eine ökologische Siedlung oder eine Gated Community entscheidest, die richtige Vorbereitung ist der Schlüssel. Informiere dich gründlich, besuche das Land im Voraus und nutze die vielen Vorteile, die Paraguay Rentnern bietet. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal für weitere Informationen über das Leben und Investieren in Paraguay. Hinterlasse uns auch einen Kommentar, wenn du Fragen hast oder weitere Tipps brauchst. Vielen Dank fürs Zuschauen! Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Teile dieses Video mit Freunden, die sich für ein Leben in Paraguay interessieren und bis zum nächsten Mal! apliciere dich! geworden ist www.f alright